Die Partei, der meine Eltern als Funktionäre angehörten, hieß Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei. Aber der Name täuschte. Es war eine sozialistische, eine austromarxistische Partei. Denn unsere Partei gehörte nicht zur Ersten Internationale, sondern nur zur Zweinhalten Internationale, zur Wiener Internationale, mit dem Slogan, keinen sozialdemokratischen Opportunismus und keinen bolschewistischen Dogmatismus. Mit dieser Linie arbeiteten wir, aber es gab natürlich auch in dieser Partei und im Jugendverband, der Teil der Partei war, unterschiedliche Positionen. Das zeigte sich insbesondere 1936, als die Volksfrontpolitik relevant wurde. Aber die Volksfrontpolitik setzte voraus, dass man mit Kommunisten eng zusammenarbeitet. Die ideologischen Unterschiede waren bekannt. Darum ging es nicht. Wir hatten einen gemeinsamen Gegner, das war der Faschismus. Und der musste gemeinsam bekämpft werden im Rahmen der Volksfrontpolitik. Wir hatten in Frankreich durch Leon Blum das Beispiel einer Volksfront, Sozialisten, Kommunisten und die Radikalsozialisten, also das waren die bürgerlichen Liberalen, die zusammen gegen den Faschismus kämpfen wollten. Und so war es auch bei uns, dass an der Basis kein Mensch mehr fragte, wo kommst du her? Von der KJ, von der kommunistischen Jugend, von der sozialistischen Jugend oder von der bündischen Jugend. Die Frage war, was kannst du tun gegen den Faschismus? Weil wir dem Beispiel von Frankreich folgten, weil wir dem Aufruf deutscher Intellektueller von Paris folgten, dass jetzt alle trennenden Unterschiede auf der Linken zurückgestellt werden müssen, um die Kraft zu bündeln gegen den faschistischen Angriff, der damals ja überall rollte.